jane doberic meine freunde was geht ab heute gehen wir in die zweite runde von fifa monster vain hat wieder bock gegen mich zu spielen letztes mal habe ich ja gewonnen wie viele von euch mitbekommen haben und vain will ein zweites spiel aber wenn ich jetzt gewinne das glaube ich nicht das glaube ich nicht und was wollen wir wetten zehner das ronaldo mit drei dinger drückt ja okay guck mal am ende des videos wirst du einsehen du bist einfach kein fifa monster und dann noch 10 an mich das wird schmecken gut game digga gut game da hätte viel zu kalt zum skill ja ja auch minus vier grad ist neymar junge wenn das zum tor warte mal immer noch nicht gesehen ich muss mich jetzt kurz konzentrieren digga und hier paar dinger drücken gar kein bock mehr sense was das war nicht mal faul jawohl ich richte den zehner richtig noch schon oh der kann doch mal rein nichts ah meine spieler machen druck die sind heiß bitte keine rote bitte rote eigentlich rote safe bei so einem faul müsste rote safe digga ja geht gar nichts oder oder also nicht zu früh lachen ja geil uff 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 was machen die spieler da digga ich schaff's dir fifa ist einfach nur ein tag digga und wieder tor mbappé weil dieser hund einfach so hässlich ist kann man den faulen oh wohin ich wollte eigentlich flach aber hier kack da ist er mbappé macht drei dinge ja gut mbappé mbappé wär der drinnen hätte ich fleißig schlopfe drückt digga moch ja digga komm ach lauf einfach kein bock mbappé mbappé 4-0 digga ja das ne maschine ehrlich mbappé ist ein lifehack im fifa alter äh digga ich schwörs dir das macht keinen spaß komm mach mbappé oder 5-0 ich will mein gott mal das können wir können aufhören ich will können aufhören ich hab da keine lust drauf ja 5-0 ist aber ne ansage digga das ist lächelig ja bruder ich lade das jetzt hoch ne mach doch nur mal bruder ja 5-0 fuck digga bepusch dich doch nicht so digga du hast mit mbappé gespielt und nicht mit jove digga du hast mit mbappé gespielt und nicht mit jove digga du hast mit mbappé gespielt und nicht mit jove digga k um du hast mit mbappé gespielt